Willkommen in New York Liberty International Airport. Übernehmen Sie M-Track 170 und fahren Sie diesen bis New York Penn. Und Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Trains im World. Ich dachte mir, wir schauen, aber wir fahren einfach mal, diesmal ist es halt wirklich komplett, sag ich mal, try and error. Fahren mit dem Zugsicherheitssystem, oder versuchen mit dem Zugsicherheitssystem in Amerika zu fahren. Im M-Track. Ja. Und ich habe halt keine Ahnung, wo sie halt sind, aber ich denke mal, wir werden sie bestimmt finden, ne? Also sollte ja nicht allzu schwer sein. Die Zugsicherheitssysteme hier zu finden. Äh, b-b-b-b-b, b-b-b, keine Lichter. Ist das ATC? Ich habe gerade keine Ahnung. ATC. Ich vermute es einfach jetzt mal. Der Alter ist drin. Setzen wir uns mal hin. Sieht jetzt hier irgendwie noch was aus, was uns bekannt vorkommt? Kann man die Türen auch hier inriegeln? Ne, ne? War nicht, war nicht, bla, bla, bla. Scheibenwischer. Nö, sieht nicht da noch aus. Rechts inriegeln wir dann mal. Hm. Es könnte jetzt sehr interessant werden. Bin mal gespannt. Äh. Ich habe jetzt aber nichts mehr gesehen, ne? T-t-t-t-t-t-t-t Headlights. Cap Radio. Heater. Gut, hier ist halt Alarm, ne? Aber man kann halt hier nichts machen. Und hier... Könnt man glaube ich höchstens was an Dings machen oder so? Oder wollen wir überhaupt was machen? Die Batterie war hier... Sieht nicht danach aus, dass wir was machen müssten. Rechts verriegeln. Ich schaue jetzt mal hinterher auf vorwärts. Traction blocked. Also vom Sound her... Klang das... Als ob das die falsche Richtung wäre... Klang das jetzt gerade doch schon ein bisschen als ob das jetzt irgendwie... Als ob da was passiert ist. Ob das wirklich so ist, werden wir dann sehen. Müssen wir mal schauen. Wie gesagt, ich habe mich nicht umgeguckt. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade alles richtig gemacht habe. Äh... Ich weiß nicht, ob ich das, was ich gerade gemacht habe, machen musste. Oder ob ich mehr machen musste. Oder whatever. Ich habe halt keinen blassen Schimmer. Ich habe mir einfach mal gedacht... Ich weiß halt auch nicht, ob wir... Okay, wir müssen scheinbar, wenn dann halt auch nur... Maximum authorized speed. Cap signal is clear. Add cut is in. Time to penalty. Okay. Wie gesagt, wir schauen uns einfach mal an, ob das so, was ich mir gedacht habe, richtig war. Ich bin sehr gespannt. Okay, Maximum authorized speed. Was hat das mit dem ACSIS zu tun? Das ist jetzt die Frage. Ist ACS... C... IS... Das muss ich jetzt, glaube ich, bestätigen, oder? Was ist da passiert, als ich es bestätigt habe? Es ist clear. Hier. A far not unauthorized speed. Ja. A voice crack. Speed. Oh. Es gibt ein time penalty. Was? Time to penalty. Was penalty für was? Not valid. Hier ist ja... Es gibt, glaube ich, nichts anderes als bestätigen, oder? Muss ich... Kann ich... Kann ich... Kann ich... Muss ich hier drauf drücken? Also, ich bin auf alle Fälle zu langsam. Da steht schon mal fest. Time to penalty. Okay. Ah, weil ich jetzt hier zu schnell... Ah, okay. Das mit der 30, das habe ich jetzt nicht gemerkt, gewusst, wie auch immer. Das war jetzt das Ding, weswegen ich jetzt gerade die Zwangsbekommen habe. Ich hätte... Halt nur langsamer werden müssen, sag ich mal, ne? Ähm... Das wäre meiner Meinung nach aber auch so ein Ding gewesen, das hätte ich wahrscheinlich so aber geschafft, weil ich hätte eigentlich nicht Gas geben müssen. Ich dachte mir, ich war einfach zu langsam. Naja, egal. Passiert. Das sind wir zumindest. Time to penalty. Dann müssen wir noch ein bisschen langsamer werden. Höchstwahrscheinlich. Schätze ich jetzt mal. Äh... A-C-S-I-S. Mal gucken, was das heißt. Oder ist das mit dem penalty... Es kann natürlich auch sein, dass man halt... Advanced Civil Speed Enforcement System. Oder lag das jetzt am gelben Signal? Das war aufgrund des gelben Signals halt diese... Scheinbar diese 30 miles per hour oder diese 35 miles per hour erreichen mussten. Approach Limited. Halt mit dem Maximum Authorized Speed von 35 miles per hour. Limited ist klar, weil da gleich ein gelbes Signal ist. Das war jetzt ein bisschen zu früh. Ein bisschen zu stark. Diese Bremse sind aber auch merkwürdig. Manchmal... Okay, Suppression war gerade drin. Cap-Signal Aspect Approach Limited. So... Zielocker Fahrgabe erfüllt. Rechts in Riegeln. Das können wir zum Beispiel durchlesen. Positive Train Control Cap Signal... Bei Alston... Okay, das ist natürlich schon sehr interessant das System. Muss ich schon sagen. Also... Ziemlich umfangreich. Äh... Sie halten zusätzlich in Sukkos, um die Passagiere aus dem Silver Star umsteigen zu lassen. Das kriegen wir doch hin. In der Morte halten Sukkos. So... So... Das System, wenn ich das richtig verstanden habe, soll halt Zugkollisionen vermeiden. Mit Hilfe des Systems, wie wir heute hier auch sehen können, auch permanente und temporäre Geschwindigkeits... Ähm... Beschränkungen. Wie wir sie halt hier sehen. Äh... Im Cap angezeigt werden. Ähm... Ja, ich muss halt nur noch herausfinden, wie das halt mit Limit und so weiter funktioniert. Aber da werde ich mich dann die Tage reinlesen, sofern ich es nicht vergesse. So, man muss natürlich auch bestätigen. Ähm... Und es wird halt mit Hilfe von Transpondern im Gleisbett weitergeleitet. Ich glaube, es war am Gleisbett. Sprich, dann dürfte es ja ähnlich sein wie in Deutschland, behaupte ich jetzt mal. Äh... Jetzt ist halt die Frage, wo haben wir dieses Cap-Light? Wird die Fahrer-Pult-Beleuchtung wirklich haben. Ist aber trotzdem drin. Ähm... Was bedeutet das, ähm... ...Approach? Hm. Okay. Also wie das mit dem Penalty ist, weiß ich auch noch nicht. Also werde ich mich auch noch mal schlauer machen, was das betrifft. Aber gut, dass es mit dem Penalty wird natürlich sein. Du hast halt... Du musst halt eine bestimmte... ...Geschwindigkeit bis zu einem bestimmten... ...Punkt... ...Erreichen. Ähm... Okay, was ist dann natürlich... Okay, ATC und A... Gut, ATC gibt es natürlich auch noch. Ähm... Ähm... Warum das ein Time-Penalty ist, kann ich mir nur so erklären. Es gibt offenbar immer einen Piep, wenn eine Geschwindigkeitsbeschränkung halt höher ist. Jetzt ist die halt... ...Cap-Speed. Oh... Okay. Ähm... Wo war ich jetzt gerade? Ach ja, scheinbar... Ne, ich hab's wieder vergessen. Äh... Scheinbar gibt es, wenn es eine Geschwindigkeitsveränderung gibt. Aber so gesehen, eine feste... Äh... ...beginn dann mit dem Penalty. Ich vermute mal, dass es halt mit dem Penalty so ist, dass aufgrund des Speeds, der ja halt... ...oder auch aufgrund der Geschwindigkeit, die der Zug gerade in dem Moment zurückliegt, die ja auch irgendwie festgehalten wird. Ähm... Ähm... Das aufgrund dessen halt auch, ähm, errechnet werden kann, wie lange der Zug mit der Geschwindigkeit... ...die er gerade hat, oder die sich gerade verändert, braucht, um halt dieses... ...um halt zu dem Punkt zu kommen... Moment, wie... Oh Gott. Das, wie ich jetzt gerade erkläre, ist ja schon komplizierter. Ähm... Also, so gesehen, du hast quasi den Zug. Es wird getrackt, wie die Geschwindigkeit ist, ob diese Geschwindigkeit sich verändert. Und du hast so gesehen, bis zu einem gewissen Zeitpunkt, äh, bis zu einem gewissen Ort wird halt errechnet, ob du diese Zeit einhalten kannst. Ähm... Ähm... Wie diese Geschwindigkeit erreicht haben. Bist du, weil... Es wird was schon... Äh, ne... Der Punkt ist halt so gesehen das Ziel. Zum Beispiel die Geschwindigkeit ist eigentlich das Ziel. Aber wenn du halt, ne... Wenn er rechnet, wie lange du noch raus bist, du zu diesem Punkt bist. Und... Und... Halt... Abwege ich mit der Geschwindigkeit und... Ja... Jetzt müssen wir nämlich beispielsweise scheinbar diese... 60 erreichen. Dann mussten wir diese 60 einhalten oder... Beziehungsweise erreichen. Weil ja gleich die Geschwindigkeitsbeschränkung auf... 60 miles per hour kommt. Wir waren bei 61 oder 62, waren dem mal relativ flott. Also wir hatten ja gerade jetzt 42 Sekunden Zeit. Ähm... Um diese 60 miles per hour zu erreichen. Die wir erreichen sollten. Bevor wir an den Punkt kommen. Und... Ja... Dann ist es natürlich auch weggegangen. Beziehungsweise jetzt haben wir noch hier diese Minus Minus. Aber... Das passt ja so. Und die Geschwindigkeit, diese... Diese Authorized Speed. Das ist natürlich auch wieder so ein... Ähm... Ähm... Ich würde dir behaupten, ich war einfach zu schnell... Zu stark in Eisen. Ich würde dir behaupten, ich war einfach zu schnell... Ich würde dir jetzt behaupten, dass ich gerade zu stark in Eisen gegangen bin. Und deswegen halt nicht mehr weggekommen bin. Ähm... Also Pünktlichkeit können wir erstmal hier vergessen. Äh... Äh... Was war eigentlich auch gar nicht, obwohl ich so das Ziel... Warum das jetzt mit den... Warum der Authorized Speed jetzt bei 30 ist, das frage ich mich halt wirklich. Wahrscheinlich war hier das Gleiswechsel. Kann das sein? Vielleicht deswegen? Oder weil es ja gleich auf 45 geht. Wahrscheinlich eher deswegen. Hm... Aber es war auch nicht wirklich angezeigt, ne? Wir sind da ja irgendwie... Oder... Habe ich es übersehen? Es kann natürlich auch sein, dass ich es übersehen habe. Aber ich meine diese 30 miles per hour als Geschwindigkeitsmaß habe ich nicht erblickt. Aber ich glaube das hat ja keine Zwangse. Weil es gab ja halt nicht den BiWiWiWiWiWiWiWiw gagner. Der Alurther ist halt... Ja der Elurther, der Elurther ist ja nicht angegangen, der Alarm. Oder sehe ich das falsch? Ich schätze mal einfach, ich bin zu stark in Eisen gegangen und deswegen sind wir zum Stehen gekommen. Ich schätze mal, ich schätze mal, ich schätze mal. Links in Riegeln. Das müsste es wahrscheinlich zeitlich gesehen auch schon gewesen sein, oder? Wahrscheinlich, obwohl, vielleicht haben wir noch einen Spot. Ich meine, nee, ich glaube, das war der letzte. Oder? Nee, wir fahren schon, wir fahren noch New York 10. Wir sind einfach nur langsam. Wir haben einfach nur viel Zeit verloren, das ist das Ding. Dann können wir die Türen wieder verriegeln. Dann müssen wir noch in New York, nee, New York Penn, nicht New York, New York Penn halten. Lösen wir die Bremsen. Und geben Schub. Und geben Schub. Okay, das war jetzt, glaube ich, eher ein panisches, panischeres Bestätigen, als eigentlich nötig gewesen wäre. Oh, nee, Dings ist ja schon 45. Äh, hier, äh, Authorized Max Speed. Das ist nur noch im Limited-Bereich. Ich kann aber auch nur das hier bestätigen, ne? Ich glaube, das kann ich gar nicht. Hm. Woran auch immer das jetzt lag. Also Limited, klar. Muss ich mir nochmal angucken. War ich gerade über diese 45 Kilometer, äh, Miles Power? War ich über den Authorized Speed, ich glaube nicht. Ich weiß aber nicht. Es ist halt Limited. Ich habe auch halt bestätigt. Vielleicht muss ich auch wissen, was ATC heißt. Aber ich habe das Gefühl, dass, aber dass das ATC und ACSIS ähm, halt so die Geschwindigkeit, für die Geschwindigkeit zuständig sind. Und dass vielleicht, dass man halt, was anderes machen, muss, dass ACSIS halt, ähm, wo soll ich sagen, Einfach und sehr, ich habe keine Ahnung. Ich bin verwirrt. Aber gut, es ist natürlich ein Unterschied, ne? Also, bei den anderen wüsste ich jetzt, wieso ich, ähm, Probleme bekommen habe. Hier ist es halt wirklich Learning by doing, so gesehen. Mal schauen. Fahren wir erst mal hier durch den... Alter recommends. Oder gehen wir mal irgendwo? Ausdruck! Ihr.. Ihr... Okay. Ich wiederhole es erneut. Ich habe keinen Plan. Also von meinem Verständnis her, habe ich eigentlich gerade alles richtig gemacht. Also ich war eigentlich nicht so schnell und so weiter, aber ich vermute mir das einfach noch komplexer als ich dachte. Oder es gibt einen Aspekt, den ich nicht kenne. Oder es gibt noch was, was man halt... Oder noch eine Möglichkeit, wie man es bestätigt. Oder was man bestätigen muss. Was ich halt wie gesagt nicht kenne. Was auch immer HEP ist. Mal schauen. Wir werden es irgendwann erfahren. No Power Brake. Vielleicht muss ich auch hier mit eher bremsen. Also mit der Power Brake oder mit dem Leistungsregler. Suppression blinkt. Oder jetzt glaube ich die 15 erreichen muss. Gibt es hier kein Tempomat? Schade. Okay, ich glaube, wenn die Suppression blinkt, dann fährt man so schnell. Also sprich, wenn das hier blinkt. Jetzt blinkt es aber auch nicht. Jetzt blinkt es. Warum ist man dann so stark? Wir dürften 30 waren. Ich bin ja mal gespannt, wie sich das verändert. Also ob die Ankunftszeit so gesehen sich verändert, wenn ich weiß, wie ich zu fahren habe. Auf jeden Fall fahre ich zu langsam. Das sollte eigentlich nur 20 Minuten gehen. Das geht gleich bergauf, wie ich sehe. Ich glaube, ich glaube, ich halte den ganzen Verkehr auf. Würde mich nicht wundern, aber wir haben halt einen Maschinenschaden. Ich weiß gar nicht, wie das von der Pünktlichkeit her ist. Ob das die pünktlich sind in Amerika oder eher weniger so. In manchen Teilen, in abgelegenen Teilen, wo der Zug nur zweimal fährt, am Tag, oder hält am Tag, man nutzt hauptsächlich Güterzüge gut. Das kann man halt auch nicht wirklich sagen, was halt eher auch auf Güterzüge ausgelegt ist, das Streckennetz dort. Aber da gibt es halt sowohl als auch. Also wenn ihr wisst, was ich falsch gemacht habe bei den Zwangsen, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Schreiben wir, gibt es jetzt hier gerade wieder mehr Magneten? Ich vermute schon mal, das ist der Grund, weswegen ich jetzt häufig über den Alerta bekomme. Wir hätten die ganze Zeit nochmal 30 Meils Power fahren können, prinzipiell. Wo wir langsamer werden, müssten wir jetzt erst scheinbar. Also laut dem Offerice Speed. Wir würden natürlich erklären, warum wir jetzt mit 8 Minuten Verspätung in den Bahnhof reinkommen. Da war die Zwangse gar nicht so wirklich das Problem. Und dann wird das eine gute análisis plane sein. hey das war bis hierhin doch schon mal ganz interessant ich würde behaupten ich weiß mehr als vorher auch wenn ich das gefühl habe dass ich noch genau so dumm bin wie vorher aber es ist immer noch nicht so fähig immer noch nicht fähig bin damit zu fahren aber es war schon interessant ich dachte immer zumindest ich probiere es diesmal halt ohne halt vorher eine testfahrt gemacht zu haben oder was weiß ich mich irgendwie informiert zu haben was für systeme existieren wie sie genutzt werden müssen wann sie genutzt werden müssen dann entriegeln wir die türen schön würde es in die kamera laufen wahrscheinlich haben wir kein licht jetzt an warum auch immer ich dachte wir haben nicht angehabt wir haben noch licht an wir haben oben nicht angehabt aber nicht unten ok akzeptiert mehr oder weniger so richtungswender neutral aussteigen und beenden oh gott ok das war interessant was hat auch was auch immer hat ist können jetzt auch benötigen ich habe keine ahnung werden wir erfahren wir waren zeitweise zweimal ein bisschen zu flott unterwegs halte genau das irrelevant wir haben 37 minuten ja wir haben fast doppelt so lange gebraucht haben 12,3 miles zurückgelegt und ja eigentlich relativ gut ok unterwegs vor den hals waren wir 2 5 und lass nicht drüber reden 9 entfernt ja genau ich bin noch mal schlauer machen wie gesagt ich hoffe es euch trotzdem gefallen in diesem kleinen live erkundungsvideo noch ein schöner resttag macht's gut und bis zum nächsten mal